Mein Name ist Daniel Lüthi, Leiter der Zürichwerke Bäckerei in Wallisellen. Das Zürich Träumli basiert auf einer alten Rezeptur, die lange geheim gehalten wurde. Nur durch viel Glück kamen wir in Besitz dieser Rezeptur. Das war gleichzeitig der Startschuss unserer Bäckerei. Das Zürich Träumli war das erste Produkt, das sofort bei den Leuten angekommen ist. Nebst unseren eigenen Produkten übernehmen wir auch Aufträge und produzieren Werbebachwaren für Firmen. Unser neuste Gebäck ist ein Känguruspitzbub für den Zoo Zürich. Unsere eigenen Produkte überzeugen mit der Extrazutat Zürines. Die Bachwaren haben einen Zürich-typischen Namen und werden in Handarbeit hergestellt. Das und unsere Mitarbeiter sind das Geheimnis unserer Bäckerei.